Hallo meine Freunde, ich habe mich entschieden bei dem Projekt Erneuerung der Genua Brücke mitzumachen, nebst meiner Challenge, weil ich die unterstützen möchte. Und jetzt werde ich losfahren mit meinem Rhönertee. Ich wollte eigentlich eine andere Zugmaschine kaufen, aber ich habe nur noch 2.000 Euro übrig. Ich befinde mich in Verona. Es gibt ja 8 Städte, wo man die Fracht abholen kann, also Turin, Milan, Verona, Susarra, Parma, Bologna, Florenze und Livorno. Und jetzt bin ich über Rot gefahren, naja. So, die Fracht ist hier. Es ist vorbei. Muss ich zuerst die Fracht dann nehmen, glaube ich. Wo ist es denn? Da kann ich schon. Naja. Da steht ja schon da hinten. Es ist ein Baggerlader. Jetzt muss ich mal Fetstauk machen. Geht nicht? Hm. Die fängt ja gut an. Ich sehe ja nichts. Hey, was ist da los? Ich kann die Fracht nicht annehmen. Ich kann meine Fenster nicht aufmachen. Ich kann ja nichts vor. Es ist dein Baggerlader. Die Fracht nicht annehmen. Die Fracht nicht. Ich kann mich mal vor, wenn du das machen willst. Es ist so, dass ich mich gar nicht freie, wie ich bin. Ja, ich habe mich gar nicht Engine. Ich kann mich gar nicht annehmen. Geht nicht. Aber hier kann ich ja auch nichts. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ich verstehe das nicht. Ich habe die ganze Zeit den falschen Knopf gedrückt. Ich habe schon einen Unfall gemacht. Ja, super. Super gemacht, ja. So, da muss ich mal schnell ein bisschen Musik laufen lassen. Wiege nach links ab. Immer geradeaus. Es ist frei. Ich kann weiterfahren. Demnächst links abbiegen. Wiege nach links ab. Ich hatte im letzten Video Also, irgendein Problem. Mit OBS, ich weiß nicht, die Quellen waren irgendwie anders. Das kann ich mir nicht erklären wieso. Und dann wurde nur meine Stimme aufgenommen. Aber das Spiel gar nicht. Ja. Und ich hatte keine Lust nochmal die gleiche Tour zu fahren. Also habe ich es so hoch geladen. Ist doch egal. Ich hoffe, jetzt klappt es. Ich hoffe, jetzt klappt es. Egal. Ich habe auch keinen Spiegel vorne. Ja, es nimmt mich echt Wunder, wie es dort aussieht, wenn ich ankomme. Ja, Treibstoff habe ich genug. Ja, ich habe auch. Das schaffen wir auch noch. Ich glaube, ich fahre hier auf der normalen Mepo. Also, ich könnte ja die Promos. 2,46. Einschalten aber. Also, ich fahre mal die erste Tour. Und spielt ja keine Rolle. Ja. Heute ist schönes Wetter. Einfach zum Geniessen. Ja. Ich weiß nicht. Es gibt ja West und Ost Brücke, also Lieferung. Ja. Ich muss mal nachschauen, wie viele Aufträge man machen muss. Ich denke, es sind acht. Aber bin nicht so sicher, ja. Ich wollte ja unbedingt fahren. Ja. 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 Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, aber der lässt mich nicht rein. Was war das jetzt? Ja, neunzig in der Kurve. Ich habe leider nur 410 PS. Das merke ich beim Fahren. Hat ein bisschen Mühe. Und. Ja, gut, das war gut. Ja, gut, das war echt viel. Ja, gut, das war echt viel. Und ich bin schon 7.000 Euro im Minus, naja, brau, aber könnte es sein, dass mein Kredit abbezahlt wird, ja, genau, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, so, mit solchen Events wird das Spiel irgendwie am Leben erhalten und es macht Spass, oder? Aber mir macht es auch ohne solche Events Spass, ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Musik 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 Ich habe noch 280 Kilometer, aber müsste in dreieinhalb Stunden schon schlafen, ja, brauche aber noch vier Stunden, ja, ich versuche mal so ohne zu schlafen, dort anzukommen, fahre ich halt ein bisschen schneller als erlaubt ist, ja, ein paar Kilometer. ... ... ... ... Was ist mit dem los hier? Nein, ich werde auch gleich auf der linken Spur. Wieso rechts? Ich muss ja nachher gehen, aber... Hä? Was ist los? Ja. 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 Ja, ja. Dann muss ich wieder nochmal, also nochmal fahren. Nach 190 Kilometer. Das könnte klappen ohne zu schlafen, denke ich mal. Ich glaube ich muss noch ein paar Einstellungen machen im Spiel. Aber diese Tour fahre ich noch so. Genova hier. Ich bin doch richtig auf dem richtigen Weg. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Mach ich. Aber es lässt mich niemand rein. Danke. Danke. Ja. Und schon wieder bezahlen. Ja, das ist Wahnsinn. Das gleiche wie in Frankreich. Obwohl die Autobahnen, also die neuen schon längst gebaut worden sind. Ja. Aber die kassieren immer noch. Genova geradeaus. Ich habe gehört, in Nizza sollte es ganz schön sein. Aber auch ein bisschen teuer. Aber ich weiß es nicht. Ich war ja noch nie da. Ich habe noch 160 Kilometer. Nein. Ich habe noch nie da. Ich bin aber sehr. Ich habe noch so zählen. Es kann man wohl überall an. Es ist nicht dass sie uns nicht anders machen. Es sei die giebten. Es ist jetzt nicht so zu spätig sein. Es ist da, dass es sich nach�schnisch ist. Fahr doch, notorischer Linksfahrer, meine Augen gehen zu. Eine schöne Landschaft, gefällt mir. Ach, ich hab alle Dänder. Komm ich ja nie an. Du musst ja ständig auf die Uhr schauen, weil ich will etwas vorhaben, ja. Aber ich will unbedingt die Tour fertig fahren, ja. Geh nochmal. Bitte links halten. So. 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 Aber echt, Leute, ey. Ich muss ja tausendmal sagen, die Beschleunigungsspur ist zum Beschleunigen und nicht um anzuhalten. Ich verstehe das. Wieso, dass das so im Spiel ist? In Genova. Wisst ihr, was ich vermute, dass das gar nicht das ist? Nein, hier ist es. Ich wäre ja fast falsch gefahren. So sieht das aus. Ich bin ja angekommen. So, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis auf Wiederschauen. Euer Bazocca. Und ich gehe jetzt schlafen.